Hallo und willkommen zum zweiten Part von Titanfall. Wir gehen jetzt mal ins Spiel, jeden Moment nach den Connections und dann wird das Ganze jetzt mal live geschehen, live in Anführungszeichen, weil es ja nicht wirklich live ist, aber ich kommentiere jetzt mal live oder ich versuche es dabei. Dabei live zu kommentieren. Wäre cool, wenn wir jetzt mal langsam reinkommen würden. Ich würde mich sehr freuen. Das dauert zwar immer ein bisschen, schon automatisch vom Spiel her, aber wäre trotzdem cool. Manchmal funktioniert das auch nicht. Liegt halt daran, dass ich denke ich mal, dass die Server dann offline sind. Wäre aber cool, wenn es funktionieren würde. Wenn es nicht funktioniert, muss man sich die Aufnahme verschieben. Los jetzt. Los jetzt. Danke, geht doch. Und ich wollte gerade schon pausieren und es dann nachmachen. Aber es funktioniert so. Wir haben ja gesehen im Part davor, dass ich den Custom-Ding davor freigeschaltet habe, aber das interessiert mich jetzt einfach nicht wirklich. Ich bin nur überlegen, ob wir jetzt mal Attrition spielen anstatt Hardpoint. Last Hiding Standing. Nee. Komm, wir spielen mal. Ich meine, das wäre sowas wie, ähm, Moment mal kurz. Das wäre sowas wie, äh, Deathmatch. Kann mich aber auch täuschen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Die Runde startete in 10 Sekunden. Badabadam. Also um 15 Sekunden näher gesagt. Badabadam. Ja. Und das hier habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Ich habe hier wohl irgendwie, oh, es flackert ein bisschen. Warum flackert das? Ja, ist ja okay. Äh. Habe ich es kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Also wie gesagt, wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel zum Reden kommen, weil ich hochsenswert sein werde. Aber ich hoffe, das geht. Übrigens habe ich die Kamera jetzt mal aus. Die werde ich wahrscheinlich nur bei Hearthstone on haben. Für so Titanfall. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das interessant ist. Wir nehmen wahrscheinlich meinen. Ja. Und wir nehmen. Gehen. Ja. Hi Leute. So. Töten also, na? Ich glaube, wir müssen nur töten. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten habe ich das Spielprinzip nicht so ganz verstanden. Nein, da komme ich nicht hoch. Ich bin aber hoch. Nein. So knapp. Da habe ich mich leicht verarscht gefühlt. Wieso kommt der einfach von her, der Reicht? Und wie gesagt, ich achte einfach nicht auf die Karten. Sehr gut. Sehr gut. What the fuck? Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Ja. Und er haut einfach mal eine Granate mit raus. Und ich renne da auch noch rein. Sehr gut. Ich habe heute noch gar kein Dings gespielt. Noch gar kein Titanfall. Das ist jetzt mein erster, mein erster Kontakt heute. Muss mich erst einspielen. Das ist das. Sieht ihr? Ich muss mich einspielen. Ich habe ganze drei Tote und habe noch nichts geschafft. Ich achte einfach nicht auf die Karte. Ich bin noch nie der Minimap-Gucker. Das ist auch bei LOL so. Bei LOL gucke ich auch nie auf der Minimap. Obwohl ich immer derjenige bin, der sagt, guckt auf die Minimap. Ist einfach so. Aber ich mache es selbst, mache ich es selber nicht. Da ist einer. Aber ich weiß nicht wo. Ich sehe, dass da einer drin ist. Ich glaube, die Granate, die ich da ausgewählt habe, die bringt hier gar nichts. Woo! Shotgun, yeah! Okay, Shotgun könnte ich mir auf Deathmatch auch am besten vorstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Shotgun im Deathmatch ziemlich OP sein wird. So wie, ich weiß nicht in welchem Call of Duty Teil das war. Da war die Shotgun ja auch richtig krass OP. Soweit ich mich erinnere. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht der Fall sein. Also bis jetzt sind wir nicht, weil die Maps sind hier einfach ein bisschen größer. Komm ich da hoch? Ja, cool. Oder sind die von uns? Ja, waren von uns. Diese NPC-Dinger. Da ist irgendwo einer. Jetzt habe ich mal auf den Minimap geguckt. Jetzt sehe ich ihn nicht. Da war er. Oh, mein Titan ist ready. Komm. Oh, der ist ja voll auf mich. Okay, ich bin noch reingekommen. Nein, doch nicht. Hier hat jemand meinen Titan geklaut. Bin ich denn auf einen Titan drauf? Oder es sind zu viele Titans draußen? Nee, gar nicht. Einer ist frei. Das sieht man unten links. Da, jetzt habe ich meinen geholt. Wäre cool, wenn er jetzt auch mal runterkommt. Nein, ich will da nicht drauf. Uh. Ich will in meinem Titan. So. Hä? Von oben kann man auch da rein? Okay, das wusste ich selber nicht. Boah. Okay, das war wohl nix. Huh. Huh. Habe ich ihn platt gemacht? Krache. Scheiße. Ja, habe ich platt gemacht. Sieht man unten rechts. Habe ich auch am Anfang gar nicht gesehen. Aber na gut. Da war der. Was mich auch schüttelt, sind die Sprachchats. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, bei ganzen Shootern einen Sprachchat einzubauen. Das ist so ätzend. Ja, das ist so richtig ätzend, die Sprachschats. Oh, wir haben verloren. Wir haben verloren. Mal gucken, ob ich das jetzt mal als allerer... mal ganz am Anfang schaffe. Also mein allererstes Mal schaffe, hier rauszukommen. Ich bezweifle es, weil es dauert noch ein bisschen, bis der da ist. Und... jetzt hat er mich so erschrocken, dass ich direkt wieder aus dem Heid rausgegangen bin. Ja, danke schön. Nur wegen den Affen. Nur wegen diesen Affen. Sonst hätte ich es das erste Mal überlebt. Nur weil der Wichser auf mich geschossen hatte. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber sowas kotzt mich an. So, komm. Macht mal jene da. Wow. Zwei Kills. Ein mit dem Titan. Drei Minions. Und vier Tode. Kein guter Durchschnitt. Es gibt bestimmt schon so richtige Suchtis, die das Spiel seit der Beta irgendwie noch nie eine Pause gemacht haben. Kann ich mir gut vorstellen, irgendwie. Und ich frage mich immer noch, warte, das sind hier Flackerts bei mir irgendwie. Köttern Fraps liegen. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Was ist das denn hier? Respawn. Komm. Rein da. Was ich auch kurz ändern will, sind meine Granaten. Das müsste hier sein. Ja. Ich will die normale Granate mal mitnehmen jetzt für das Deathmatch. Ich denke, wir machen jetzt noch die Runde. Und dann beende ich den Part. Geht jetzt auch schon 10 Minuten. Ich denke mal mit der Runde dann so um die 20 Minuten. Ich glaube, das sollte gar nicht okay sein. Bei der nächsten Aufnahme werden wir wahrscheinlich dann nochmal ein Deathmatch und nochmal ein Hardpoint spielen. Und dann denke ich mal, sollte das als Eindruck reichen für Titanfall. Vielleicht spiele ich das nochmal, wenn es dann rauskommt. Oder vielleicht mache ich auch noch weitere Parts was dann jetzt in der Beta, aber das weiß ich noch nicht. Aber können wir mal gucken, wie ich das mache. Hier, also ich denke, hier wird noch auf jeden Fall was zukommen. also mehrere. Und ja, der hat am meisten Damage. Das war dieser Rocket Launcher, ne? Aber, naja, keine Ahnung. Fängt jetzt an, die Runde. Woher? Ich habe mich, wie gesagt, noch gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Mit dem Spiel. Aber, sollte passen, denke ich mal. So, komm, let's go. Let's get the party started. Ja, immer dieses Laden. Wir nehmen trotzdem ein Custom-Type und wir nehmen ihn. Waiting for Players. 6 von 8. Let's go. Ach, das ist übrigens jetzt die andere Map, die haben wir in der Dings gar nicht gesehen. Also, es gibt es in der Beta, diese zwei Maps. Die, die wir eben hatten, die auch in dem, in dem ersten Part waren und diese hier. Und, ich mag diese hier überhaupt nicht. Ich finde, die hier ist am unübersichtlichsten von allen. Aber, naja. Geschmackssache. Vielleicht kommen andere damit besser klar. Also, ich komme damit jetzt nicht so wirklich klar mit der Karte. Aber, passt schon. Wir versuchen uns mal ein bisschen dran zu schleichen. Oder von hinten so ein bisschen was weg zu gaffen. Gucken, ob es klappt. Ich weiß doch gar nicht genau, von wo die kommen. Kann ich auch campen. Sollen wir campen? Näh. Okay, von hier kommt keiner. Aber ich denke, jetzt drehe ich mich um und jetzt kommt einer von hinten. Das ist doch immer so. Da war einer. Da ist auch noch irgendwo einer. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur den Punkt. Ah, da. Oh, das war gar kein Spieler. Ja. Shotgun. Einfach drauf los. Das ist bestimmt ein Russe. Ich weiß nicht. Ich bin selber Russe. Also, ich darf das da. Ich bin selber. So. Du mit deiner kackten Schrot. Deiner verkockten Schröte. Komm. Da, das sind die ganzen NPCs. Die stehen einfach nur da und machen gar nichts. Okay. Da muss aber noch irgendwo einer sein. Ich sehe den Punkt. Mein Titan ist in einer Minute ready. Ich nehme ihn jetzt einfach mal als dass man es sieht. Dass man ihn sieht, meine ich. Aber ich bin nicht so der Typ, der gerne auf den Titans rum, also in den Titans ist. Weil, weiß ich auch nicht. Mag ich nicht so. Wo ist denn das V? Ich kann gerade noch keinen rufen. Ich kann meinen noch nicht rufen. Doch, da ist meiner. Komm her. So. Ich habe einen gekillt. Womit? Ah ja. Wie dem auszahlen. Bam, bam, bam. Kurz nachladen. So, tschüss. Titans sind richtig OP. Also gegen die Minions hier. Also gegen, als, als, ähm, Menschen. Da war einer, der hat auf mich geballert. Okay, der ist jetzt schon woanders. Ich gucke gerade mehr auf die Karte. Einer ist auf mir drauf. Einer ist ja auf mir drauf. Da. Guckt. Oh oh. Und, cooler Move. Auf jeden Fall. Haha. Affe, ey. Guck mal, wie hektisch der spielt. Moment, nein, sterbe, sterbe. Oh mein Gott. Gott. Boah. Wenn ihr hoffentlich kriegt der andere Taitin hier wenigstens. Mann, der Kampf ist zu nahe zu kalt, aber es gibt noch viel Zeit, um die IMC zu verbreiten. Team, wir gehen auf. Begeber, Taitin bereit in 30 Sekunden. Weiß gar nicht, ob das jetzt ein, ein NPC war, oder ein Spieler. Auf dem Fall, da ist einer. Hab ihn nicht gekriegt. Sehr gut. Oh mein Taitin ist ready. Hallo. Das ist das, was ich meine. Also ohne Taitin bist du hier mehr oder weniger schon richtig aufgeschmissen. Boah. Boah. Dieser Schrotflinten-Heini, Alter, der geht mir so richtig auf den Sack. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. mit der normalen Waffe darauf zu ballern. Ja, da hinten. Aber es ist richtig cool, wie die so vom Himmel runterfliegen und so. Das ist schon richtig geil. Boah. Und der lebt noch. Okay. Pilot, ihr Taito wird bereit und dann... Hab dich gesehen, Kollege. Ach, das war ein normaler MPC. Okay. Hab gedacht, das wär der Typ in der Schrotwinde gewesen. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ist doch schön. Jetzt hab ich den mal hinten reingeballert. Gucken wir mal, ob wir noch so andere absnacken können hier. Wie den da. Das war einer von uns, der in der Luft geflogen ist. Irgendwo hier oben sind noch welche. Oder hier. Der mit der Schrot. Ist der andere hier unten? Zufällig? Nee. Wir haben bestimmt welche ein Entkommen sein. Das war ein Grunt. Das war's. Zwei sind rausgekommen. Sieben. Null mit dem Titan. Fünf Deaths. So, okay. Okay, Leute. Dann sag ich mal, dass ich denke, oh, genau. Ein bisschen über 20 Minuten. Passt doch. Okay, Leute. Dann sag ich mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also im letzten Part wahrscheinlich von Titanfall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, Leute. Ich denke, wir sehen uns dann. Also haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.